Ja, moin moin, liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum OMS2 der Omnibus Simulator. Wir befinden uns immer noch auf Städte Dreieck, ja, und fahren jetzt nachher weg von die Linie 33 von Schönblick aus zum Nordbahnhof. Genau. Route und so weiter habe ich schon alles eingestellt. Jetzt steht 30-201 dann eingeben. Steht 3, die 30-201. Genau, wir fahren nämlich zum Nordbahnhof. Aber nicht. Genau, um 9.02 für Schockfahrt. In 19,9 Minuten geht es auch schon los. Deswegen, ich stelle mal die Uhrzeit vor auf 9.10 Uhr. Passt nicht schon mal. So, Zeit schon mal vorgestellt. Wetter-ETDS für Stuttgart. So, dann müssen wir ja... Morgen eine Tageskarte, bitte. Eine Tageskarte. Ja, wollen die, wo man für einen Stuttgart haben. Bitteschön. 7,60 Euro. 8,10 Euro. Bitteschön. Ja, ich habe jetzt mir diese Strecke herausgesucht. Ja, wo ich die gerne mal fahren will. Mit meinem... Oh, das ist der C2. Zweite Generation. Und zwar der Euro 6er. Ja. Mit dem Bus aus Rheinhausen werde ich jetzt fahren. Ja, der ist schön und passt. So, in einer Minute geht es auch schon los. Deswegen schön die Kippchen an. Und dann kann es eigentlich im Prinzip auch schon gleich losgehen. Genau, wir warten noch kurz auf die Abfahrt. Und dann geht es auch schon los. Ja. So, und ab dafür. Ja, jetzt fallen wir mal auf Schönblick. Mal schauen, wie hier so die Strecke ist. Oder von Schönblick aus. Ob diese Strecke auch geeignet wäre für einen Grenzbus. Muss man schon. So. Genau, aber wie gesagt. Also es ist hier sehr ingebaut. Ja, diese Linie bin ich noch nie gefahren. Quasi meine Weltpremiere. Hallo. Meine Tageskarte bitte. Meine Tageskarte ja, natürlich. Krieg ich nicht. Ja, und ich muss sagen, bis jetzt nicht schlecht. Nicht schlagen. So, jetzt geht es auch schon weiter. Äh, ja. Okay, dann was. Und ja, mein. Und wie erzählt mir meine Brüste. Halt mir welche. Okay. Okay. Keine Ahnung, was der Bus hat auf einmal. Denn eigentlich war ja nichts. Aber schon mit Recht. Er fährt aber schlecht. Nichts. Guten Tag. Muss ich mir dann eine Brüste schauen. So. Die Sachen mal aus. Ähm. Eine Fahrkarte. Ich wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Ja, ja, ja. Und weiter geht es. Ja, jetzt ist es vielleicht gut. Boah, find der Scheiße. Der fährt, der ist ja unglaublich. Ja, wir waren auf Wienverband, Ja, beim Führerschein gewonnen haben. Also auf Waldhofen. Werden wir auf jeden Fall auch fahren. Die Frage wird sein Bann. So. Und weiter geht es. Und weiter geht es. Und weiter geht es. Und wieder geht es. Ah, bitte. Jetzt kriege ich mich schon immer zur Wurt. Ja. Und hier. Und hier. Ah, wie ich sehe, kommen wir nicht auf die Schnellstraße drauf. Ach, finde ich auch gut. Hey, wake up. So, dann gucken wir doch mal. Guten Tag, hallo. Moin. Ja, wir haben jetzt noch, ab zwei Krisebach sind wir jetzt gerade, haben noch eine Minute Pause. Bis es auch schon weiter geht noch, wie man sieht, wir haben nicht viel. Deswegen von daher passt es. Aber ich sage, wir werden dann in Kriesbach Bahnhof die erste Pause machen und dann ja, passt das so. So, meine Damen und Herren. Und. Und weiter geht es. Und weiter geht es. Und weiter geht es. Ja, der links riecht mich richtig nach Bahnhof. Genau. Hier werden wir jetzt kurz eine kleine Pause machen. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Bye. 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 Bye.